Hallo ihr Schildkröten! Kurz vor Verkündigung der Shortlist des diesjährigen Deutschen Buchpreises gibt es von mir ein letztes Longlisten-Lesen-Video für dieses Jahr. Ich habe nicht alle Bücher geschafft, die ich mir vorgenommen habe, von der Longlist zu lesen. Mir fehlen noch drei, die zeige ich euch auch gleich. Aber ich habe noch ein Buch gelesen, auf das ich mich sehr, sehr gefreut hatte. Schon bevor ich wusste, dass es auf der Longlist steht, wollte ich es unbedingt lesen. Darüber möchte ich jetzt sprechen und dann möchte ich eine kleine Vorhersage treffen, welche Bücher denn meiner Meinung nach auf die Shortlist gehören. Und ja, wenn euch das interessiert, dann bleibt doch jetzt einfach dran. Ich verlinke, nein, ich verlinke nicht, sondern ich schreibe euch unten in die Infobox wieder alles mit Zeitmarkern. Dann könnt ihr hinklicken zu den Themen, die euch interessieren. Und wir beginnen mit meinem neuesten gelesenen Buch. Die Nibelungen, ein deutscher Stummfilm von Felicitas Hoppe. Das ist auch so ein Buch von dieser Longlist. Ich finde, diese Longlist hat es sehr in sich, was literarisch-künstlerische Bücher angeht. Das ist jetzt schon das vierte Buch, bei dem ich so dachte, meine Güte, du bist ein bisschen anstrengend beim Lesen. Aber du bist so genial. In diesem Buch inszeniert Felicitas Hoppe die Nibelungen-Sage quasi als Theaterstück. Also das Ganze spielt in Worms. Und ich glaube, es gibt in Worms tatsächlich jährlich oder zumindest regelmäßig Nibelungen-Festspiele. Und eben dort befinden wir uns vor dem Wormser Dom, glaube ich, gibt es eine Aufführung der Nibelungen und inszeniert von einer Regisseurin, nämlich einer sogenannten Frau Kettelhut. Warum das witzig ist, erkläre ich euch gleich noch. Und eine namenlos bleibende Erzählerin schildert quasi ihre Eindrücke von dieser Theateraufführung. Und also wir bekommen nicht eine richtige Geschichte erzählt, nicht eine Nacherzählung der Nibelungen, sondern wir lesen eher die Beschreibung einer Theateraufführung. Und also wir lesen, wie der Siegfried-Darsteller auf die Bühne kommt, wie alle wissen, dass es Siegfried ist sofort, weil er die und die Attribute hat. Wie Hagen kommt und wie auch sofort alle wissen, dass es Hagen ist und warum der Drache bei dieser Aufführung nicht dabei ist. Und es gibt Leute aus Worms, die quasi integriert werden in dieses Theaterstück. Ein Worms-Alleihendarsteller spielt den Tod. Es gibt eine Schulklasse, die Blumen streut und so weiter und so fort. Der Ruderclub ist involviert. Und das ist ein bisschen schwierig, das jetzt inhaltlich wiederzugeben, weil es natürlich schon die wichtigen Punkte der Nibelungensage erzählt, aber das meiste eben doch nur so andeutet und sich eher auf diese fiktive Theaterinszenierung konzentriert. Und dann gibt es jeweils in der Pause Interviews mit den DarstellerInnen beziehungsweise vielleicht auch mit den Figuren. Das verschwimmt so ein bisschen bei Felicitas Hoppe. Also es gibt dann einen Interviewer oder eine Interviewerin, die sich quasi die verschiedenen DarstellerInnen rausgreift und Fragen stellt zu der Figur. Wie heutig ist die Nibelungensage? Wie kann man dies und jenes überhaupt noch darstellen? Wie geht man mit der Grausamkeit dieser Nibelungensage um? Was bedeutet das auch für die Theaterinszenierung? Was bedeutet, also kann man das überhaupt noch inszenieren? Was bedeutet Theater überhaupt heutig? Also das ist sehr spannend. Das wird quasi immer im Wechsel erzählt. Also wir haben erst eine Aufführungsbeschreibung, dann gibt es eine Pause mit diesen Interviews, dann gibt es nochmal Aufführung, wieder eine Pause und dann nochmal den letzten schlussendlichen Akt der Nibelungensage auf der Bühne. Und dann gibt es hinten auch, das fand ich sehr, sehr schön, gibt es einen Abspann in diesem Buch, in dem alle wichtigen DarstellerInnen, aber eben auch das Team quasi hinter den Kulissen beschrieben wird. Also zum Beispiel, wer die Synchronisation gemacht hat oder den Schnitt. Dramaturgie zum Beispiel führt hier Quentin Tarantino, was ich sehr lustig finde. Ich komme auch gleich nochmal dazu. Und ja, so gibt es ganz viele Leute. Ich glaube, viele von denen sind auch bekannt, die da hinten erwähnt wird. Ich habe in einer Rezension gelesen, dass da quasi so Danksagung und Fiktion vielleicht auch verschwimmt. Das finde ich sehr witzig und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ihr seht schon, dass es etwas schwierig ist, dieses Buch inhaltlich nachzuerzählen. Was dieses Buch aber großartig macht, ist die Nibelungensage auseinander zu klamüsern und sie in Beziehung zu setzen zu Theater, Film, zur wissenschaftlichen Rezeption, zur Bedeutung des Textes, zur politischen Bedeutung des Textes, zur Glorifizierung des Textes, zur Glorifizierung des Liebesthemas auch. Das ich eigentlich gar nicht so stark finde in der Nibelungensage, aber es ist natürlich ein Heldenlied und da spielt die Minne und die Liebe ja auch immer eine große Rolle. Und das alles lässt sie damit einfließen und kommentiert in diesem ganzen Buch quasi die Nibelungensage. Und das ist furchtbar anstrengend zu lesen und es ist gleichzeitig hoch genial, zumindest wenn man so wie ich sich gerne in Texte gräbt und gerne diesen ganzen kulturellen und intertextualen Bezüge herausfischt und sie erkennt. Und es macht natürlich auch nur Spaß, wenn man sie erkennt. Das Ding ist, ich glaube, wenn man gar keine Ahnung hat von der Nibelungensage, also wenn man nicht weiß, worum es darin geht, dann ist man ziemlich verloren in diesem Buch, weil Felicitas Hoppe unglaublich viel Wissen voraussetzt über diese Sage. Also ich kenne die Sage relativ gut, weil ich als Jugendliche in diesem hier, in diesem dicken, wie heißt das, die schönsten Helden und Rittersagen des Mittelalters, des Mittelalters vor allen Dingen, das Mittelalter war ja auch so kurz, gelesen habe und da gibt es quasi eine, ja, eine etwas moderner übersetzte, für Jugendliche auch aufgearbeitete Version der Nibelungensage, die ich sehr, sehr geliebt habe. Ich muss auch gestehen, ich habe meistens nur bis zu Siegfrieds Tod gelesen, weil mir dann diese ganze Rache war mir immer ein bisschen zu blutrünstig und auch ein bisschen langweilig bis dahin. Aber was ich damit sagen will, ich kenne die Grundstränge der Erzählung und ich kenne die Hauptfiguren. Es spielen aber hier in diesem Buch, weil es nun mal ja die ganze Nibelungensage auch behandelt, auch die ganzen Nebenfiguren eine Rolle. Und ehrlich gesagt, ich musste dann auch nochmal eine Zusammenfassung lesen, beziehungsweise in diesem Buch nochmal ein bisschen blättern, weil ich manche Figuren nicht mehr einordnen konnte und auch nicht mehr alle Motive der Nibelungensage im Kopf hatte. Also, wenn ihr zu denen gehört, die die Nibelungensage nicht kennen, dann hier nochmal eine kurze Zusammenfassung. Es geht zu Beginn um Siegfried, ein junger Held aus Xanten, der den Nibelungenschatz der Zwerge stiehlt. Dabei den auch noch, ja, ich glaube, den einen Zwerg geschlägt er sogar und den anderen verprügelt er relativ doll. Er klaut da eben eine Tarnkappe und überhaupt diesen ganzen Schatz, der ganz viel Gold beinhaltet. Er muss dafür, glaube ich, auch einen Drachen erschlagen, in dessen Blut er dann badet, was ihn unverwundbar macht. Und nur auf einer seiner Schultern landet ein Lindenblatt und da kommt dieses Blut nicht hin. Und an dieser Stelle ist er eben verwundbar. Und er fährt dann eben nach Worms, um Kriemhild anzuhalten. Das ist die dortige Prinzessin. Und nach ein bisschen politischem Hin und Her und tralala heiraten die beiden auch. Beziehungsweise sie will ihn erst heiraten, wenn er oder er will sie erst heiraten, wenn Siegfried den Bruder von Kriemhild, nämlich Gunther ist es, glaube ich. Sie hat drei Brüder, Gunther, Gernot und Giselherr. Und ich glaube, Gunther möchte Brunhilde heiraten, die Königin von Island. Und die ist eine sehr, sehr starke, also mit fast magischen Kräften ausgestattete Frau. Und die sagt, sie will nur einen Mann heiraten, der sie in drei kämpferischen Disziplinen besiegen kann. Und also reist Siegfried mit Gunther nach Island. Und Brunhild denkt sich auch so, hä, also Gunther, der kann mich doch nie besiegen. Aber da Siegfried ja diese Tarnkappe hat, kann er sich halt unsichtbar machen, hilft Gunther. Und sie besiegen zusammen Brunhilde. Also sie, Brunhild, sie betrügen sie quasi. Also belegt sie ein, ihn zu heiraten. Sie kommt mit nach Worms. Und dann gibt es eine Doppelhochzeit. Siegfried und Kriemhild und Brunhild und Gunther. Und dann gibt es die Hochzeitsnacht. Und auch da stellt Brunhild wieder eine Bedingung. Sie sagt nämlich, also sie akzeptiert Gunther quasi nur, wenn er sie im Bett niederringen kann. Weil sie ja immer noch diese magischen Kräfte hat, die sie erst verliert, wenn sie ihre Jungfräulichkeit verliert. Naja, so. Und auch da muss Siegfried ihm dann wieder zu Hilfe kommen. Macht sich wieder unsichtbar, ringt quasi Brunhild nieder. Es ist auch so eine Szene, wo so eine versteckte Vergewaltigung drinsteckt, wie ich finde. So oder so. Naja, alles sehr fragwürdig, wie da mit den Frauen umgegangen wird. Und er nimmt ihr dabei einen Gürtel und ich glaube einen Ring ab. Quasi als Beweis dafür, dass er sie niedergerungen hat. Und schenkt diese Sachen dann Kriemhild. Und dann gibt es später einen Streit zwischen den beiden Frauen, wo es um den Stand ihrer Männer geht. Und somit auch den Stand um ihrer selbst und Kriemhild verrät dabei Brunhild, dass eben Siegfried eigentlich derjenige war, der sie besiegt hat und eben auch im Bett niedergerungen hat. Das findet nun wiederum Brunhild nicht so toll. Und daraufhin soll Siegfried eben sterben. Hagen von Tronje wird dann beauftragt. Durch eine List kann er Kriemhild entlocken, wo die verwundbare Stelle an Siegfrieds Schulter ist. Sie näht ein Kreuz darauf. Ich glaube, er spielt ihr vor. Er wolle ihn nur beschützen und sie solle ihm sagen, wo die verwundbare Stelle ist, damit er ihn schützen kann. Aber ja, er sticht ihn dann letztendlich mit einem Dolch. Daraufhin ist Kriemhild wieder ziemlich sauer. Und sie trauert dann 13 Jahre und heiratet dann den Hunnenkönig Etzel. Und mit dessen Hilfe kann sie dann wiederum Rache an Hagen und auch ihren Brüdern üben, die nämlich zusammen mit Hagen den ihren Schatz, also den Nibelungenschatz, der ja dann eigentlich ihr gehört hat, versenkt haben. Und die auch Hagen gedeckt haben. Und ja, dann gibt es zum Schluss ein großes blutiges Gemetzel und alle sind tot. Das ist die Nibelungensage. Also keine sehr fröhliche Geschichte mit einer eigentlich sehr starken Frauenfigur, wie ich finde, Kriemhild nämlich, die zum Schluss auch Hagen den Kopf abschlägt. Also sie siegt über ihn, hat ihre Rache quasi vollführt. Und dafür muss sie aber wiederum sterben, weil es ja nicht sein kann, dass ein Held wie Hagen, der durchaus ja auch eine Heldenfigur ist, auch wenn er der Widersacher von Siegfried ist, durch eine Frau niedergestreckt wird. Das ist ein Unding und deswegen wird sie dann auch erschlagen. Was also von den Frauenrollen-Konstellationen ist, das auch eine ziemlich interessante Sage, weil die beiden Frauen eigentlich relativ stark sind. Also auch Briemhild, die diese magischen Kräfte hat und sie nur verliert, wenn sie sich einem Mann hingibt, wenn sie ihre Jungfräulichkeit verliert. Und die das quasi aufgibt für einen Mann. Und Kriemhild, ja, die sterben muss, weil sie einen Mann besiegt hat. Ich finde, das ist schon sehr aussagekräftig. So, jetzt habe ich ganz schön lange über den Inhalt gesprochen. Aber man muss das ein bisschen erzählen, um halt auch die ganzen Motive zu verstehen, die Felicitas Hoppe in diesem Buch immer wieder aufgreift. Denn es geht unter anderem auch um die Rolle der Frauen. Also das wird immer wieder kommentiert. Es gibt zum Beispiel eine Stelle, an der Kriemhild, als sie Rache üben will, lädt ihre ganzen Brüder mit Hagen dann eben zu sich an den Hof, an Etzels Hof ein. Und Giselherr, ihr jüngster Bruder, kommt dahin und verliebt sich in eine Frau und will diese heiraten. Und Felicitas, und das wird dann auch geschehen, die werden irgendwie verlobt, tralala. Und Felicitas Hoppe kommentiert das mit, ja, wer nur wieder nicht gefragt wurde, ist die Braut. Die bleibt stimmlos. Und das ist ja schon sowas, was sich durch die Geschichte auch zieht. Im Prinzip haben die Frauen nichts zu sagen, sondern es wird immer nur irgendwas mit ihnen gemacht. Und es geht eben dann auch um dieses Liebesmotiv, diese große Liebe zwischen Kriemhild und Siegfried, die ja dadurch schon begründet ist, dass Kriemhild, bevor sie Siegfried kannte, immer diesen Traum hatte von einem Falken, der eben getötet wird. Und dieser Falke ist natürlich Siegfried. Also schon so eine, also dass das Schicksal sie quasi vorherbestimmt hat, dass sie zueinander finden und dass sie eben auch Zeit ihres Lebens rachisch wird, obwohl sie schon einen anderen Mann geheiratet hat. Dieses große Liebesmotiv wird eben auch hinterfragt in diesem Buch. Also war das wirklich Liebe? War das nicht eher politisches Kalkül? Wie politisch ist die Nibelungensage eigentlich? Denn es geht ja relativ viel auch um Politik. Es geht um Machtverhältnisse. Es geht um Machtzusammenschlüsse von, ich weiß nicht, ob Reichen oder zumindest Ländern. Es geht um Machtbündnisse. Und ich habe irgendwo auch mal gelesen, dass auch Hagen, indem er Siegfried umgebracht hat, auch politisch gehandelt hat, weil Siegfried eben in seiner ganzen Art irgendwie eine Bedrohung war für Worms. Ich kriege das jetzt aber nicht mehr so richtig zusammen. Aber das ist durchaus sowas, womit ich mich nochmal beschäftigen möchte, weil ich diesen politischen Aspekt des Textes auch durchaus interessant finde. Das sind so zwei Aspekte, die ich ziemlich faszinierend fand an diesem Buch, die halt immer wieder so angepiekst werden. Dann das große Theaterthema. Ganz, ganz fantastisch. Für einen Theaterfan wie mich ist das großartig. Wie geht man mit so einem Text heutzutage um? Was sind vielleicht Szenen, die man auch weglässt? Also es wird dann halt auch immer so schön kommentiert, dass zum Beispiel das Publikum erwartet einen Drachen und dann kommt der Drache aber nicht. Oder in der Nibelungensage wird zum Beispiel der Sohn von Krimelt und Etzel wird auch der Kopf abgeschlagen. Also er wird auf jeden Fall getötet. Das lässt man hier weg. Dann wird das damit begründet, dass die Regisseurin im Kinderschutzverein ist und dass sie es überhaupt nicht mit sich vereinbaren kann, ein Kind auf der Bühne hinrichten zu lassen. Also wie geht man auch mit diesen Grausamkeiten um? Also es geht immer wieder um die Erwartungshaltung des Publikums ans Theater. Also wenn Siegfried zum Beispiel, wenn die Stelle kommt, in der Hagen Siegfried eigentlich mit dem Speer töten soll, dann tut er das nicht, sondern Siegfried, ich glaube, er ertrinkt oder er erfriert. Also es ist jedenfalls anders. Und man merkt so richtig, das Publikum ist so... Oder dann gibt es irgendwann kurz vor der zweiten Pause so wie so einen Zwischenruf. Jetzt schlagt ihm doch endlich den Kopf ab. Und Hagen ist halt gemeint. Also das Publikum kennt ja diese Geschichte. Damit wird eben auch gespielt. Und hat gewisse Erwartungen an diese Theaterinszenierung. Und die Regisseurin nimmt sich aber immer wieder Freiheiten. Inszeniert zum Beispiel die große Rache-Szene am Schluss wie in einem Abendmahl. Also kürzt das Ensemble auch ein auf irgendwie... Also auch interessant das Spiel mit den Jüngern und dem Verräter, der in dem Fall wahrscheinlich Hagen ist. Also kürzt das ein auf diese Personenzahl des Abendmahls. Verwandelt dann diesen ganzen, die Rache, das Abschlachten in eine Tortenschlacht. Und zieht damit auch wieder Bezüge zum Stummfilm, zum Slapstick. Und ich möchte euch mal ein Zitat vorlesen, bevor wir zum Film kommen. Das geht... Das ist auch... Diese ganzen Bezüge kommen natürlich immer so. Sie gehen ineinander über. Es gibt aber ein sehr schönes Zitat zum Theater und zur Publikumserwartung. Und das möchte ich euch jetzt mal vorlesen. Denn das Publikum will immer alles auf einmal. Den Kopf und das Herz, den süßen Gesang und seine schlechte Besprechung, die Konferenz und die Stille, Predigt und Yoga, lautes Gemetzel und Flüstertüten, das große Drama und das leise Gedicht, den unsterblichen Helden und sein menschliches Antlitz, Kunst und Verständnis in einer Person, das fröhliche Team und das strenger Regie, das Rätsel samt Lösung, tiefen Trost und federleichte Erbauung. Und das finde ich ganz spannend, weil es ja wirklich immer so Diskussionen sind, was muss Theater eigentlich leisten? Muss es so einen alten Text in die Gegenwart holen und gucken, welche Gegenwartsbezüge gibt es noch? Kann es so einen Text einfach historisch spielen? Was ist eigentlich auch Regie-Theater? Das wird ganz viel gefragt. Was bedeutet so eine Aufführung auch für Schauspieler? Also der Schauspieler von Hagen zum Beispiel, der spielt diese Rolle seit 13 Jahren. Und dann wird auch so witzig damit umgegangen, seit 13 Jahren, also schon länger, wie er älter geworden ist, aber gleichzeitig auch nicht älter geworden ist. Und wie diese Figur von Hagen eigentlich geschlechtslos ist, weil sie ein Relikt aus alter Zeit ist und heutig gar nicht mehr dargestellt werden kann, weil es so eine Charaktere gar nicht mehr gibt, weil sie eben auch gar nicht mehr verlangt werden in Zeiten, in denen wir leben. Sondern die hatten halt damals, als dieses Stück aktuell war oder beziehungsweise als diese Geschichte aktuell war, eine ganz andere Funktion, die es heute so nicht mehr gibt, weil die Verhältnisse und die Gesellschaft ganz anders sind. Und es geht ganz viel darum, was muss Theater eigentlich leisten und auch, was müssen SchauspielerInnen eigentlich leisten? Also müssen sie sich voll identifizieren mit ihren Figuren? Und es gibt bei diesen Interviewparts dann auch immer ganz viele Fragen, aber können sie denn diese Figur und das Hagen so viel umbringen? Können sie das mit sich vereinbaren und so? Also es ist auch immer wieder, was ja auch häufig passiert, was SchauspielerInnen, vor allem große Hollywood-SchauspielerInnen ja auch immer wieder erzählen, dass sie manchmal auf der Straße mit ihrem berühmten Charakternamen angesprochen werden oder so. Oder dass Leute beschimpft werden, weil sie in irgendeiner Serie einen richtigen dollen Bösewicht spielen. Und die Leute das nicht auseinanderklamüsert kriegen, dass das ja nur eine Rolle ist. Und auch darum geht es ja. Also ihr merkt schon, da steckt ganz, ganz viel drin, was so den Umgang mit Fiktion, Realität, Theater, Bühne, Realität, Bühne angeht. Und dann gibt es immer wieder Bezüge zum Film, die bei den Nibelungen natürlich naheliegen, weil es diese berühmte Adaption von Fritz Lang gibt, diesen Zweiteiler. Ich habe den auch nie gesehen, eine Schwarz-Weiß-Verfilmung, die in Babelsberg gedreht wurde, unter anderem damals in den 20er Jahren, genau, 1923, 1924. Und gehört halt zu den Filmen. Also das ist ein ganz berühmter Film, das ist so wie Metropolis oder so. Das wird halt immer verbunden, auch mit Babelsberg, mit Potsdam. Und damals war halt besonders der Drache eine Novität. Denn dieser Drache, damals konnte man ja noch nicht animieren, so wie heute in Game of Thrones, wenn die Drachen da so total echt daherkommen. Sondern das waren ja mechanische Puppen quasi, in denen bei diesem Drachen 17 Menschen drin saßen, die den von innen gesteuert haben. Und dieser Drache konnte, ich muss das jetzt mal nachlesen, weil das wirklich cool ist, 17 Männer saßen da drin auf zwei Etagen und haben diesen Drachen halt zum Leben erweckt. Und der konnte Feuerspeien, Kämpfen, Bluten und Theatrale sterben. Ich zitiere jetzt hier aus diesem wunderbaren Buch, 100 Facts about Babelsberg, das habe ich euch auch schon mal gezeigt, glaube ich, von Sebastian Stielke, einem Potsdamer Schauspieler. Also das muss schon gigantisch gewesen sein. Und auch dazu gibt es eben ein Zitat in diesem Buch. Es ist dann, Moment, das kann ich euch auch nochmal vorlesen, weil das auch sehr schön ist, wie ich finde. Moment, wo haben wir es? Genau, hier. Also da ist das Publikum erst, denn wo ist eigentlich der Drache geblieben, für den das Publikum jedes Jahr im Voraus bezahlt? Nichts gegen höfisches Personal und gute Manieren, aber der Drache ist nicht verhandelbar. Der Drache ist eine Verbindlichkeit. Und dann kommt ein kurzer Absatz und dann, ach Kinder, was für Zeiten das waren, als es noch richtige Drachen gab, die mit Pomp und unter Posaune mit ihren langen, beweglichen Pappmaché-Schwänzen auf deutschen Bühnen für Angst und Schrecken sorgten. Nicht nur unten im Zuschauerraum, sondern vor allem bei jenen, die im Stumpffilm ihres Inneren hockten. Mitten im sprachlosen Zentrum des Bösen, in einer Höhle aus Hartholz und Maschendraht, wo die Flüstertüte jeder Regie versagt, weil ein einziger Schwanzschlag in die falsche Richtung selbst dem stärksten Siegfried die Knochen bricht. Und ich glaube, dann später wird auch noch beschrieben, dass mehrere Menschen dazu nötig waren, den zu bewegen und tralala. Fritz Lang wird auch immer wieder erwähnt, vor allen Dingen in diesen Interviews werden, ich glaube, die Darsteller von Siegfried und Hagen werden eben auch nach Lang gefragt und nach den berühmten Schauspielern, die dort ihre Charaktere gespielt haben und ob sie sich an denen orientiert haben. Und was ich auch sehr schön fand, weil ich es ja vorhin schon sagte, dass die Dramaturgie hinten mit Quentin Tarantino angegeben ist, ist, dass es auch einen Bezug gibt, einen Satz in diesem Buch, dass Quentin Tarantino mit Kill Bill quasi eine moderne Krimhild geschaffen hat, die auf Rachefeldzug geht. Also falls ihr den Film nicht kennt, es geht ja darum, eine Frau, die eben Rache nimmt an Peinigern, kurz zusammengesagt. Sehr blutlich, sehr genial. Ich bin großer Tarantino-Fan, muss man aber auch mögen. Ich kann verstehen, wenn man das nicht mag, aber ich liebe es sehr und vor allen Dingen diesen Film auch. Und das fand ich auch sehr schön, weil es erstens so ein moderner Bezug ist und eben auch ein Filmbezug. Also auch das steckt da drin. Und dann gibt es auch immer wieder Stellen, die Sätze aus dem Original zitieren, beziehungsweise nicht aus dem mittelhochdeutschen Original, was war es mittelhochdeutsch, ich glaube ja, sondern natürlich dann schon in der moderneren Übersetzung, aber eben aus dem Originallied plus in der Übersetzung. Ihr versteht schon, was ich meine. Und wo es auch immer wieder darum geht, wie hieß es halt in dem Originaltext und was macht jetzt diese Frau Kettelhut daraus? Und achso, das wollte ich ja noch sagen, genau witzig ist, dass diese Regisseurin Kettelhut heißt, denn damals in den Babelsberger Studios, ich glaube damals war es eben noch Ufa, schlag mich jetzt nicht, wenn das falsch war, aber damals gab es einen Ausstatter, der hieß Erich Kettelhut. Und der auch mit an diesem Langfilm gearbeitet hat, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und später auch an Metropolis, also relativ wichtig eben auch für die Filmgeschichte. Und dass dann die Regisseurin, die dieses Theaterstück in diesem Buch inszeniert, Kettelhut heißt, ist irgendwie, ja, ist auch ein sehr genialer Schachzug. Also ihr merkt, wenn man da sich eingräbt in diese Nibelungensache und eben auch ein bisschen die kulturellen Bezüge kennt, dann macht dieses Buch unglaublich Spaß, weil es eine Fundgrube ist an, ja, an einfach interkulturellen, sagt man das so, an interkulturellen Bezügen, intertextuellen Bezügen, wie auch immer. Und was dieses Buch eben auch macht, und das finde ich auch sehr spannend, es stellt den Schatz in den Mittelpunkt, beziehungsweise es personifiziert diesen Nibelungenschatz als Figur, als die, ich weiß gar nicht, wie es immer, es ist so ein bisschen wie die 13. Fee, die unglücksbringende 13 oder irgendwas mit einer 13. Dieser Schatz taucht immer wieder auf und sie macht damit eben deutlich, wie sehr es in dieser Geschichte eben nicht nur um Heldentum und Liebe und weiß der Kuckuck, was geht, sondern eben auch immer um diesen Schatz. Denn alle sind ja auch immer an diesem Gold interessiert, der Nibelung. Und irgendwann versenkt Hagen ja dieses Gold in den Rhein. Und ich glaube, die Legende ist auch so ein bisschen, irgendwo auf dem Rhein liegt halt immer noch dieser Nibelungenschatz. Und auch das fand ich schön, überhaupt, wie sie verschiedene, sie personifiziert ja zum Beispiel auch den Tod, der eben als dieser Leihendarsteller auftritt, den Schatz. Der Zwerg Albrich ist das, glaube ich, im Original, ist hier immer nur der Zorn, also so eine wütende Figur, ein bisschen auch so ein Symbolcharakter eigentlich mehr. Also sie spielt mit diesem Mythos der Nibelungensage. Und ihr merkt es vielleicht schon so ausführlich, wie ich jetzt darüber spreche. Mir hat das unglaublich Spaß gemacht, das alles zu entschlüsseln und das zu lesen, auch wenn es anstrengend war. Also ich habe sehr, sehr lange für dieses Buch gebraucht. Das muss ich gestehen. Ich brauchte zwischendurch auch eine Pause. Aber ja, es hat trotzdem, also ich fand es ganz, ganz fantastisch. Und für mich ist das definitiv ein Kandidat auch für die Shortlist. Weil das einfach auch, das ist wieder literarische Kunst auch. Das ist kein Buch für alle. Das ist ähnlich wie bei Mein Lieblingstier heißt Winter. Und das ist sicherlich auch nicht, ich habe nicht den Anspruch, dass jedes Buch, das ich lese, so sein muss, um Gottes Willen. Wie gesagt, das wäre sehr, sehr anstrengend. Aber das sind so Bücher, wo ich sage, ja, die auf die Shortlist, weil das ist wirklich sehr, sehr besonders und eben literarische Kunst, wenn man es so will. So, jetzt habe ich sehr lange über die Nibelungen gesprochen. Es tut mir leid, aber es war eigentlich zu erwarten, weil ich mich ja, wie gesagt, sehr, sehr auf dieses Buch gefreut hatte. Und dann war es auch noch so ein Wunderwerk von Buch. Das, ja, also ich könnte überall, wo diese Zettel sind, würde ich euch am liebsten die Zitate vorlesen und zu jedem Zitat wahrscheinlich noch mal zehn Minuten quatschen, weil es einfach so großartig ist. Also das ist auch was, dieses Buch könnte man mit Germanistikstudierenden, glaube ich, gut lesen. Weil dann kann man, oh, wenn man da so ein Nibelungen-Seminar hätte und dann würde man vielleicht, ja, für die großen Kenner dann das Original lesen oder eine Übersetzung und dann sowas als moderne Adaption. Oh, ich glaube, das hätte mir so viel Spaß gemacht als Studentin. Und ja, gut. So, ich höre jetzt auf zu nerden, weil sonst wären wir heute nicht mehr fertig mit diesem Video. Das wird jetzt, glaube ich, schon so ziemlich lang. Ich wollte euch ja noch kurz erzählen, welche drei Bücher ich nicht geschafft habe. Das machen wir jetzt mal in aller Kürze. Ich hatte ja einen kleinen Stapel von Longlist-Büchern, die ich lesen wollte. Ich glaube, insgesamt, ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren. Ist ja auch egal. Acht habe ich jetzt, glaube ich, gelesen von der Longlist. Und wenn ich jetzt diese drei noch geschafft hätte, dann wären es insgesamt elf gewesen. Was ich nicht geschafft habe, ist Vater und ich von Dilek Güngör. Güngör im Menschen muss alles herrlich sein von Sascha Mariana Salzmann und drei Kameradenninnen von Sheda Basiar. Das ist aber nicht schlimm. Also selbst wenn die jetzt nicht auf die Shortlist rutschen, werde ich sie trotzdem noch lesen, weil ich total Lust auf diese Bücher habe. Und ich glaube, die sind auch ein bisschen zugänglicher jetzt zum Beispiel als die Nibelungen oder auch mein Lieblingstier heißt Winter. Also die werden so oder so noch gelesen. Ich freue mich auf diese drei Bücher. Jetzt noch meine kurze Vorschau auf die Shortlist. Was ich mir wünschen würde, dass auf die Shortlist kommt, ist zum einen, wie gesagt, die Nibelungen. Mein Lieblingstier heißt Winter. Definitiv, weil das eben eben nicht wie die Nibelungen ein Kunstfeuerwerk an literarischem Buf ist. Dann Blaue Frau von Antirabik Strubel unbedingt, weil ich nicht nur finde, dass es thematisch großartig ist, sondern eben literarisch auch ganz grandios. Und was ich mir auch wünschen würde, ist Die nicht sterben von Dana Grigoccia, weil ich das eben auch so großartig fand, wie da dieser Dracula-Mythos historisch, mythologisch und gegenwärtig aufgearbeitet wird. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und diese vier wünsche ich mir auf der Shortlist. Nun habe ich natürlich auch nicht mal die Hälfte der Longlist gelesen. Das heißt, ich kenne viele Bücher nicht und weiß nicht, was da noch für großartige Schätze sich eventuell verborgen haben. Aber das wären meine, nach meinem jetzigen Kenntnisstand, meine vier Tipps für die Shortlist. Für alle Bücher, die ich bisher gelesen habe, da gibt es schon Videos. Ich verlinke euch das alles unten in der Infobox. Und schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was eure Tipps sind für die Shortlist, wenn ihr welche habt. Und ob ihr die Nibelungen schon gelesen habt. Und wenn ja, wie ihr das Buch fandet. Oder ob das was für euch ist. Ob euch meine Ausführungen dazu verwirrt haben. Ob ihr die Nibelungen-Sage kennt. All eure Gedanken gern in die Kommentare. Und ja, ich lasse jetzt noch ein bisschen sacken und verbringe, glaube ich, den restlichen Abend noch mit Siegfried und Kriemhild und Hagen. Vor allen Dingen Hagen. Ist so eine Figur, die ich doch auch sehr faszinierend finde. Ja, und ansonsten sind wir sehr gespannt auf die Shortlist morgen, oder? Ich jedenfalls. Und wünsche euch schöne Lesestunden, einen schönen Abend, morgen, wann auch immer ihr dieses Bild, dieses Video seht. Und danke vor allen Dingen fürs dranbleiben bei diesem etwas längeren Monolog, den ich hier gehalten habe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.